Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS17 aus Stadtenbach in Oberfranken. Und gestern war ja die erste Folge und wenn euch gefällt, was ihr hier seht, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, lasst ein Like da und fangen wir mal an. Also ich bin gestern nochmal, nachdem ich bei Hermann war, bin ich hier auf dem Hof gefahren und mein Auto hingestellt. Ich bin nochmal durch die Gegend gelaufen, also ich weiß nicht, was Hermann hier gemacht hat. Irgendwie hat er den Hof nicht so gelassen, wie ich ihn gelassen habe, als ich hier weg bin. Einmal, okay, das ist jetzt drei Jahre, gut drei Jahre her, sagen wir mal zweieinhalb Jahre her. Ja, man könnte eigentlich erwarten, dass das Ganze hier ein bisschen besser läuft. Aber gut, sei es drum, Tiere verkauft, Felder verkauft. Na gut, man will es machen, ne? Nützt ja nichts, wir müssen auf jeden Fall anfangen. Also ich muss mal kurz kommen. Irgendwo, da steht der IHC. Ich glaube, hier war das. Halt irgendwo müsste... Ne, hier war es nicht. Da ist das gute Stück. Ein schöner 1300er... Ne, 1500er, ne? Hä, hat mir nicht mal ein 1800er? Ei, 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 ei. So. Egal. Wir haben zu tun, wir müssen arbeiten. Hey, ich muss bei dem Wetter jetzt mal ein bisschen Gas geben, ne? Wir müssen mal ein bisschen fliegen. Und die Felder vorbereiten, weil ganz ehrlich, also noch nichts vorbereitet ist, ist ja schon mal eine Sache, was mich ja schon mal tierisch stört, ne? Müssen wir auch mal gucken. Das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Ich meine, ich habe zwar ein bisschen Saatgut und sowas habe ich zwar mitgebracht. Oh. Das war unwünstig. So. Aber wir sollten mal kurz... Ähm... So war das, genau. Also. Ah, die Frage ist, was wir pflanzen. Wir bräuchten erst mal was, was uns Kohle bringt. Das heißt, wir pflanzen auf jeden Fall Raps. Wir pflanzen Gerste. Weizen. Ne, einen Drescher haben wir ja. Dann passt das schon mal. Äh, jetzt muss ich nur mal ganz kurz überlegen. Wir haben... Was hat Herrmann mir nochmal gesagt? Wir haben ein Acker. Oder haben wir wohl... Also. Zwei Acker haben wir hier. Ein Acker haben wir noch bei der Biogasanlage. Also Raps, Gerste, Weizen. Ja, machen wir mal kurz Avocade gucken. Ich sage jetzt mal Raps, Gerste, Weizen. Und hier bei der Biogasanlage haben wir noch eins. Und die müssen alle... Alle geflüchtet werden. Geil. Ähm... Ähm... Ja, nützt nichts, ne? So vier Felder müssen alle geflüchtet werden. Ähm... Haben wir hier einen Fünftschafflug. Querneland. Boah, irgendwas der jetzt auf den Acker reißt. Das ist aber doch ganz schön... Ganz schön schurig und neblich, ne? So eine etwas düstere Stimmung hier, ne? Oh. Oh, der war gut. So. Passt so ein bisschen zu der... Zu der Anfangs... Zu der Herkunftsstimmung. Ähm... Der Flug ist nicht drehbar, oder? Nee, das heißt, es ist ein Beetflug. Guck mal. Fangen wir... Die Maschine, der Oma sauber machen könnte. Ist es echt? Ist es? Gerade mehr als störend, dass es so ist, wie es ist. Ups. Also fangen wir mal an. Wir fahren von hier. Schon gerade. Und dann machen wir das Ganze nach DOR. Das heißt, wir fahren... So längs weg. Und zurück in die andere Richtung. Ja, das müsste doch dann eigentlich... Eigentlich passt. Mako. Weil er ist... Er hat tatsächlich... Ähm... Versucht... Emily und... Und ihren... Ihren Freund zu erreichen. Weil ich gerne wissen wollte... Was jetzt hier Phase ist. Warum das Ganze hier so ist, wie es ist. Aber von denen ist bis jetzt noch keiner ans Telefon gegangen. In irgendeiner Form. Also... Er hat keine Ahnung, was hier los ist. Äh... Muss jetzt auch mal sehen, dass ich hier erstmal... Erstmal meins hinkriege. Ne... Ich fang einfach mal an. Ich hab zu Hermann gesagt, ich fang an. Er soll dazukommen. Ich mein, bis jetzt ist immer noch keiner auf dem Hof aufgetaucht. Aber er soll dazukommen, sodass wir dann quasi... Ja... Dass wir den Hof jetzt mal die Felder vorbereiten. Weil ich hab ja die Jungs-Sonsack mit geschleppt und alles mögliche, ne? Und... Aber das geht gar nicht. Also das, was hier gemacht wurde, jetzt die Zeit... Das geht auf keine der besagten Kuh heute drauf. Und das ist auch echt... Ist auch echt gerade etwas, was mich jetzt sehr frustriert. Muss ich ehrlich gestehen. Weil ich weiß, in was für einem Zustand ich den Hof zurückgelassen hab. Und der lief. Ja, also ich mein, wir waren ja hier in der Region... Ähm... Mit der größten Betriebe. Und was das, ähm... Was die Rinderzucht angeht, war ja mehr als... Mehr als gut. Ne? Wir hatten ja sogar... Wenn ich es jetzt richtig noch im Kopf hab, hatten wir ja sogar noch einen zweiten Milchviehbetrieb. Und Hühner und, ähm... Ne? Also ich hab von den Tieren her gesehen, gar nichts mehr. Es ist nichts mehr da. Es sind keine Rinder da. Es sind keine Hühner da. Es, äh... Der Milchviehbetrieb ist nicht da. Der komplette Milchviehbetrieb wurde verkauft. Ey, also... Ich muss gestehen, ich war ja vorhin bei Hermann und... Ich hab mit ihm gesprochen und das ist... Für mich ist das absolutes, absolutes No-Cow, was der hier durchgezogen hat. Und, äh... Eigentlich war ja der Gedanke, dass halt Emily und, und, und ihr Freund... Ja, das ursprüngliche Emily und Lisa. Und, äh... Lisa ist ja dann quasi... Ich glaub, nach Holz... Ja, nach Holz gezogen. Und Emily... Wollte den Hof... Und alles behalten. Ich meine, wir hatten ja auch eine... Kann mich erinnern, ne? Wir hatten ja... Da vorne auch noch die Pony-Koppel. Ne, die ist auch komplett nicht mehr da. Die Verbindung hier vorne ist komplett nicht mehr da. Die Felder sind auseinandergelegt worden, wieder anstatt dass sie zusammen sind. Ey, also ich muss echt sagen, ne? Ey, ich krieg da so einen kleinen, kleinen Rappel, ne? Aber komm, wir bringen jetzt erstmal den Hof so weit auf Vordermann. Ich weiß auch nicht, wie lange ich tatsächlich auf dem Hof bleibe. Das ist noch... Habe ich noch nicht entschieden. Ich werde jetzt erstmal hier Hermann unterstützen. Dann werde ich mit Emily mal darüber schnacken, wenn ich die mal ans Telefon kriege oder... Oder wenn ich die mal hier auf dem Hof zu fassen kriege. Ich denke mal, dass die heute noch vorbeikommen, ne? Wir haben es ja erst 8 Uhr morgens, ne? Von daher ist da noch ein bisschen Zeit. Aber so geht gar nicht. Das ist echt... Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, mir den Hof hier so zu lassen, wie er ist. Und vor allem mir noch nichts mal was zu sagen, weißt du? Ich habe ja... Ey, es ist ja nicht so, dass ich jetzt nicht mit Hermann irgendwie täglich telefoniert hätte, ne? Ich habe ja quasi einmal die Woche mindestens mich mit Hermann ausgetauscht. Gerade was den Hof angeht. Und der hat nicht ein einziges Mal jetzt, gerade in letzter Zeit... Also am Anfang hat er immer noch viel erzählt. Wie es auf dem Hof läuft und was so die Tiere machen und was sie vorhaben. Und scheint aus meiner Sicht gut gelaufen zu sein. Ne, wir hatten ja Ferien auf dem Ponyhof. Ne, denn die Ferienwohnungen waren vermietet. Die Leute konnten mit den Ponys raus. Und all solche Sachen. Und da hat Hermann mir eigentlich immer erzählt, was da jetzt ansteht. Dass sie hier noch, ne, quasi... Wie so eine Art Carport machen wollen. Nur die Feriengäste, dass sie sich überlegt haben, ob sie hier nicht nur Stellplätze anbieten. Wo dann Leute quasi mit dem Wohnmobil oder sowas mal vorbeikommen könnten. Und... Ja, irgendwann hat es da auch gehört. Da hat er mir nicht mehr so viele Investitionen gesagt. Gut, es ging dann natürlich auch Richtung Winter mal, ne? Oder mal dann Richtung viel Arbeit. Er hat immer gesagt, es ist viel zu tun. Viel zu tun. Und das glaube ich mir auch. Habe ich überhaupt geglaubt? So soll ich das hinterfragen? Aber sie ist ja. Viel zu tun bedeutet... Nicht unbedingt zwingend, dass es auch wirklich viel zu tun ist. Und das habe ich jetzt schmerzlich feststellen müssen. Und das ist für mich gerade... Kein schönes Erlebnis, ist hier so zu sehen. Auch die Schlepper. Na, ich erinnere mich da. Ich hatte so ein schönes Eisenschwein von John Deere. Hm. Das ist nicht mehr door. Das heißt, irgendwer hat mir das Ding verkauft. Ohne mir was zu sagen. Hätte mich ja vorher fragen können, ne? Ich hätte den ja auch zurückkaufen können. Weil der war echt... Der war auch ein schönes, altes Eisenschwein. Der MB-Truck war eigentlich auch ein größerer. Kann ich mich daran erinnern, dass wir da eigentlich 1.800er hatten. Und nicht 1.500er mit Knickhaube. Ah. Gibt ja einiges, was hier noch im Argen liegt und geklärt werden muss, würde ich sagen. Aber ich denke mal, das wird die nächste Zeit mal bringen, ne? Weil sowieso... So geil hat das nicht, ne? Wenn man das jetzt mal so ausdrücken will. Man kann hier nicht einfach hinkommen. Und vom Hof... Mir nix erzählen, was man hier alles verkauft hat. Und hast du nicht gesehen. Und dann quasi meinen, dass ich das so einfach hinnehme, ne? Aber... Das geht gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich den Hof jemals auf alte Größe kriege. Ich weiß auch nicht. Ich muss auch mal gucken. Das machen wir, wenn wir zu dem Feld bei der Biogasanlage fahren. Mal gucken, was der Milchviehbetrieb sagt. Ob der noch zu verkaufen ist oder ob der schon wieder jemand gekauft hat. Ich meine, der ist nicht billig. Aber ich kann ja auch hier was pflanzen, was mir... Ja, was mir Ertrag bringt, ne? Also Ertrag in die Tasche. Geld in die Tasche. Kann ich da mal mir die Sachen zurückkaufen. Ich meine, wir hatten ja... Also ich weiß ja, Bernd... Bernd war ja immer derjenige mit dem Schweinehof im Ort. Bernd ist ja nicht mehr. Das weiß ich. Der Schweinehof ist meines Wissens nach an jemanden anders weitergegangen. Den kenne ich aber nicht. Ich sage, ich habe ja hier in Stadtenbach relativ wenig Kontakt. Wir waren zwar... Wir waren zwar da. Allerdings gefühlt in einem Paralleluniversum. Und... Das war nicht das... Das war nicht das, was ich kannte. So. Naja. Egal. Jetzt muss ich erst mal zusehen, dass ich hier an die Felder komme. Ich denke mal, wenn wir jetzt hier... Ich weiß gar nicht. Dafür, dass wir alles im Frühling pflanzen können. Also Raps, Gerste und Weizen. Werde ich, denke ich mal, erstmal alle Felder jetzt kurz einmal durchflügen. Und werde dann... Beigehen und werde die... Wer die Gruppen... Ne? Ich habe gesehen, die haben einen schönen Rabe-Gruppen. Den kenne ich auch nicht, aber das ist okay. Okay. Der Querne-Landflug. Hier ist auch eine Nummer kleiner. Normal hatten wir so 180 PS. Flug, was natürlich Sinn macht bei einem großen MB-Truck. Und bei dem macht das jetzt keinen Sinn. Also ich weiß nicht. Ich muss... Ich muss mal irgendwie... Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier... Ist hier ganz komisch. Wie man so schön sagt. Irgendwas stimmt mit Haseln nicht. Düstere Stimmung auf dem Hof, würde ich mal behaupten. Das Mitte ist auch gerade passend. Ne? Muss ich echt mal... Muss ich mich mal die nächste Zeit drum kümmern, was jetzt hier Phase ist. So. Aber das kriegen wir raus. Glaub mir mal. Da kriegen wir alles hin und alles raus. So. Gut. Liebe Leute, ich würde aber sagen, für euch soll es das vorhin schon wieder gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Hat euch gefallen. Können wir natürlich freuen. Wenn ihr einen Daumen hoch und einen Kommentar da lasst, schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Nacht, einen schönen Morgen. Gernotten, wenn ihr euch das Ganze anschaut und sagt, bis zum nächsten Mal.